Guten Tag, liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen zu Ortlaufs Wort zum Monat. Die Sommerzeit ist vorbei, jetzt kommen wieder die dunklen Monate und das ist, finde ich, eine wunderschöne Zeit für uns Modellbahner. Am 5. November bin ich im Erzgebirge, da werden die Moderationen aufgezeichnet für den Eisenbahnromantik-Clubfilm und für die nächste Ausgabe des Videoexpress. Am 12. November bin ich in München in der Maximilianstraße 53, dort befindet sich das Kunstfoyer und dort ist gerade eine große Ausstellung über den amerikanischen Fotografen O. Winston Link zu sehen und ich gebe an diesem Tag um 11.30 Uhr und um 17.30 Uhr zwei Führungen. Am 20. November bin ich in Rommelshausen in der Alten Kelter, hier in meiner Heimatgemeinde und halte einen Vortrag über Eisenbahnen, ist ja klar. Und am 1. Adventswochenende, 30. November, 1. Dezember, bin ich in Stuttgart-Veihingen im Häuslerforum. Da haben meine Blechbahnfreunde eine große Ausstellung und ich bin zusammen mit Lutz-Meder mit unserer Spur-S-Anlage vertreten. Sie sehen, es gibt durchaus eine Möglichkeit, mich in diesem Monat zu sehen. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und Tschüss.